Was ist denn? War doch ganz angemessen. Immer schön locker bleiben. Hallo, Johanna. Hi. Hallo, Johanna. Danke für die Pillen. Meine Frau ist wirklich glücklich. Ich weiß, sie hat mich gestern schon angerufen. Ja, Frank. Danke. Hallo, hier ist die Herzapotheke mit ihren Tabletten. Ich habe noch diese fünf Minuten zu spät. Ich hätte nichts tot sein können. Dann bräuchte ich noch einen Autogramm. Danke. Hallo, Johanna. Hey, Pia. Wie geht's dir? Kannst du bitte schnell unterschreiben? Ich muss gleich weiter. Na sicher. Ich kenne dich halt schon ein Weilchen. Was ist an deinem Arm? Das ist nix, ich mich am Ofen verbrannt. Hallo, Fräulein. Kannst du mir mal sagen, wo hier der Konsum ist? Ich habe schon über eine gebucht. Tschüss, Johanna. Hey, ich wette, du Schatzes, nichts noch tiefer runterzubringen. Los, los. Komm schon, komm schon. Komm schon. Komm schon mal her. Du darfst nicht mehr fliegen. Du darfst nicht mehr fliegen. Pück nicht auf die Minute. Ineinander mit meiner Lieferung. Vielleicht solltest du sie einstellen. Da ist ja mein Rettungsengel. Wie war der Flug? Hey, wenn du noch weiter wegläufst, brauche ich einen Greifahren. Leg es mir doch einfach drauf. Wie ist es eigentlich da oben? Unbeschreiblich. Aber momentan finde ich es hier unten viel schöner. Die könnten mich heute Abend ja mal mitnehmen. Hm? Ich glaube, da würdest du keine Freude mit mir haben. Ja, du hast recht. Der Sonnenuntergang über den Wolken wird total überbewertet. Es sei denn, du hast etwas Besseres vor. Ich meine, besser als was. Denk nicht, ich fände es nicht toll, dass du jede Woche vorbeikommst. Ich würde voll gern mal mitkommen. Aber meiner Mutter geht es nicht gut. Was hat denn deine Mutter damit zu tun? Hey. Lass uns doch mal ein Picknick machen. Ich kann da eine schöne Stelle in der Stadt. Oder, ja, eine Pizza essen gehen oder ins Kino gehen oder so. Okay, machen wir. Magst du vielleicht noch einen Kaffee oder einen Zug? Bis nächste Woche. Tschüss, Johanna. Wir können deine Mutter ja auch mitnehmen. Was guckst du denn so blöd? Pass auf, dass keine Falten reinkommen. Und vergiss nicht wieder den Kragen. Mach doch die Tischdecke zuerst, damit die Blosen nicht wieder unten liegen. Und denk an die Lücke zwischen den Knöpfen. Ich kann nicht mehr alles selber machen. Was machst du da? Johanna! Pass auf! Sie verbrennt doch! Was ist bloß los mit dir? Bist du verliebt? Was? Wieso? Ich möchte dir doch nur helfen. Ich habe da jemanden kennengelernt. Er ist Pilot. Er ist schon voll viel in der Welt rumgekommen. Und er bringt mich zum Lachen. Weißt du, ich habe irgendwie... Ich habe irgendwie Angst, dass er das Interesse verliert. Weil... Ich brauche einfach zu lange. Ich will es nicht schon wieder versauen. Was hast du gesagt? Wann bist du endlich fertig? Schieb mich doch mal zur Anricht. Ich komme nicht ans Telefon. Ich komme nicht ans Telefon. Warte. Ich gebe dir eine Schloss. Was ist das? Eine Oxyprin! Du hast doch überhaupt keine Ahnung. Das hat dir doch auch sonst nichts ausgemacht. Nein! Doch, das hat mir was ausgemacht. Ich bin gespannt, wo ich nehmen. Ich bin gespannt, wo ich das mit mir war. Ich bin gespannt, wo ich da bin. Ich bin gespannt, wo ich da bin. Wir sind gespannt, wo ich hier bin. Ich bin gespannt, wo ich auf den Klenzen erwische. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Du musst jetzt schlucken. Schlucken. Ich liebe dich. Mach die Augen auf. Hey! Hey! Mach die Augen auf! Mach die Augen auf! Hey! Mach die Augen auf! Bitte! 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 Oh. Bitte! Was? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Our one world is breathing To peace like a tree Growing up free In peace 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 In peace